5 minuten verrückt könnt ihr euch nicht auf einen konzentrieren kann ich lieb und nett und mindestens einer muss überleben von den sechs ok zack jetzt sehe ich nix so cool dass sie mitkämpfen und auch noch vier minuten so 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 nach zwei minuten 20 bisschen ruhiger hier weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss wir sonst meine ganzen zombie freunde abkacken muss man nicht aufpassen können hier wir sind schon stärkere gekennzeichnete 1 minuten 50 ich höre ich wollte gerade sagen ich höre was großes kurz erstmal weg ich höre den großen vor brot 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 komm hier ist einer das tut groß ist aber unfair war so so ja jetzt zwei noch mal die ks vor benutzen lieber nur noch zwei geil 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 wie geil 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 ich kann es nicht nur noch einer kuh auch ein bisschen wie SOG man jetzt so einen dicken auf mich zu þürsten ne Was soll ich denn hier beschützen, ey? Nein, nein. Hau ab. Hau ab. Ich geh weg von ihm. Was ist denn bloß in Ruhe? Na, wenigstens einer. Wow, 6000 Seelen. Okay, das war jetzt sehr gekünstelt. Uh, Rage bekommen. Schön. Ausgezeichnet. Ah, Zorn hätte sie nutzen können. Okay, bei euch nicht, aber leben bei euch auf jeden Fall. Ach, war ja klar. Am Ende noch mal so was hässiert kommt. So, und zurück zum... Ähm, anscheinend war das die letzte von Ihnen. Lass uns von hier verschwinden. Äh, bin ich von oben runtergefallen? Kann ich da nicht wie hoch? Ach, Mist, das gibt's. Gernahne nicht. Und da wird ein Telefon. Nicht für mich. Aber so geh ich nicht an. Ah, die hat ja von hier unten hin schwimmen können. Ach, Mist. So. Und... So. Und... will frei sein. Wir allerdings. Auf Wiedersehen. So, das heißt, wir sehen alles wieder bunt und bekommen einen Teil der Abgründung. Uh. Wir kommen hier, glaube ich, später nochmal hin, deswegen. Aber wir können hier später nochmal hin. Deswegen gehe ich jetzt nicht zurück und gucke, ob die Kisten wieder da sind. Weil wir ja das Spiel durchspielen wollen. Äh, 100% weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Oder ob ich euch alles zeige. Vielleicht würde ich auch auf Screen ein bisschen was machen. Uh. Was heißt einfach schneller? Ich denke mal, ich werde auf Screen Film machen. schon am Ende. Die restlichen Dinge sammeln. Oh, Fische. Oh, oh. Ähm. Weil es einfach sonst zu lange dauert, heute ist alles aufzunehmen und euch auch noch zu zeigen. Dann könnte sogar bis Darkseid 3 dauern, bis ihr hier mit Darkseid 2 anfangen. Beziehungsweise mit Darkseid 1 fertig sein. Bis den hier durchschlagen... Aua. Ah. Schneller, 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 schneller. chicks Maria hier. Häp. Why? Wenn, wenn, wenn situation leid lang ist, warum? nicht? Nein. Ich habe mal wieder. Ich habe mich ganz vergessen. Da gibt mal ein mehr. Es heißt was gibt viele cọ lazierende Technik. Dann habt ihr nicht mehr klar das war so gewollt also das war jetzt nicht irgendwie blödheit oder so das war natürlich alles so wie es sein soll sollte klettern jetzt mal hier unten hin und die erste zu guter shop hin hallo hat fakt haben wir auch sehr schön können leeres gefäß kaufen besessenheit noch mehr verbrauchsgegenstände kann ja das ist schön aber was ist kann ich dann ich will die heimsuchung haben so gar nicht so schwer zu atmen noch eine stufe aufbessern auch noch ein noch ein das ist mir nicht mehr so viel im bruchstag vom zornkern kaufen ich weiß nicht ob wir bringen da kommen wir lieber weitermachen erstmal einmal habe ich das hier aufgeräumt und das und das weiter ist auch eigentlich relativ oft benutze so weiter durch die kanalisation schon wir wie hängen wir dauernd in der kanalisation am busfurt sieht nicht aus hammer ich will worauf wartest du wenn du diese hände jemals wieder benutzen möchtest dann solltest du nicht berühren was dir nicht gehört also er ist ultra aber ich kenne dich nicht und ich mag keine fremden besonders keine ungeladenen und wer du bist ist vielleicht nicht so wichtig wie das was du willst ich komme wegen des schwarzen hammers tatsächlich nun du darfst es gerne erneut versuchen aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen du bist es was soll das jetzt der schwarze hammer du bist es oh oh mach was du willst aber lass mich dir ein kleines geheimnis verraten der dort im dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden